Sie wollen bloß nicht dieses Postkarten Wien von Wien stören und das finde ich irgendwie scheiße, dass in Wien nie mit Problemen umgegangen wird, sondern dass, darf ich mal ausreden, bitte, dass in Wien nie mit Problemen umgegangen wird. Du, was ist da drin in dem Wasserbetz? Ja, wahrscheinlich hat er es auch geschrieben. Du warst fünfjähriger in Dubrovnik. Das ist egal, das ist Urlaubszeit. Ich bin verliebt in Dubrovnik. Wunderbar, wunderbar. Jetzt kannst du hier gehen und siehst der zerstörte Stadt. Spür aus. Sehr gut. Egon Schiele hat einen maßlos wichtigen Aufbruch in die moderne Zeit gebracht. I really think this is a civilization in decline. Look at the service. I mean, where is the waitress? In New York this person would be out of a job. Und dann darfst du nicht vergessen Otto Wagner, den großen Baumeister. Now I'm gonna call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in eight hours. Okay? Okay. Dring. 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 Pick up. Pick up the phone. Oh, hello. 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 Vanice and Céline. Ah. How are you? I'm fine. And you? comigo, picking up your coffee, Vielen Dank.